Das Bistum Osnabrück hat zumindest in der katholischen Welt Deutschlands in den letzten Tagen für Schlagzeilen gesorgt. Erstmals wird eine Person eine Pfarrei leiten, die kein Priester ist. Angesichts der vielen Kommentare, die dazu getätigt wurden, habe ich mir mal ganz abseits des Kirchenrechts und auch ganz untheologisch meine Gedanken darüber gemacht. Ich frage mich, ist es nicht großartig, wenn Menschen ihre Fähigkeiten einsetzen können? Ist es nicht großartig, wenn Menschen sich auf neue Wege begeben? Ist es nicht großartig, wenn Menschen Verantwortung wahrnehmen? Ist es nicht großartig, wenn wir vorhandene Strukturen nicht als gegeben, sondern als Veränder und Gestaltpaar wahrnehmen? Wäre es nicht großartig, wenn wir Menschen erstmal mit dem sehen, was sie mitbringen und nicht, was ihnen fehlt?